Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Einer für Alle. Wie ihr seht, spielen wir S-Feel gegen S-Feel gegen S-Feel gegen S-Feel. Also 10 S-Feels in diesem Match. Ich bin echt sehr gespannt, was dabei rauskommt. Gut, bei uns im Team können wir uns auf jeden Fall schon mal gut unterscheiden. Wir haben alle einen anderen Skin. Als Gegner-Team nicht ganz so. Wie ihr seht, bin ich wieder mit Wolfi, der ist gerade am Kacken. What the fuck, S-Feel gegen S-Feel? Da ist der Typ auch schon wieder. Und ja, S-Feel gegen S-Feel, ich habe auch schon Bescheid gegeben. Das wird lustig. Wir haben uns darauf geeinigt, ich AP, er AD. Das ist du AP, ja. Ich AP. Ich habe aber AD-Ruhn drin, sehe ich gerade. Egal. Das ist Kacke. Ich habe mich geändert. Shit. Komm, los. Ja, ich habe schon top gesagt, dass wir top gehen. Lass mich doch erstmal in Ruhe kaufen, du Fotze. Was geht ab, Alter? Hey, was geht ab? Mein Gott, nicht Tränke, Träne. Tränke? Was ist Träne? Was ist Träne? Träne, Träne, was ist eine Träne? So. Ich bin so langsam. Haben wir einen Pulsfeuer, Astral? Wir haben fünf verschiedene Scans, wir haben auch einen Pulsfeuer, ja. Ah, da. TPA und einer ohne Skin. Ja. Ja, wir haben fünf verschiedene Scans, auch Klassik-Scans sehe ich immer als Skin. Das ist ein Standard-Skin. Das ist ja auch ein Skin. Ach, wenn man ein Vieh-Game spielt, dann darf man sich die Map sogar aussuchen. Ja. Cool, das wusste ich gar nicht. Guck, ich finde den Skin hier mit. Am besten selbst für Essel, den ich gerade habe. Ja, ist es auch. Kann man den nicht mehr kaufen, oder warum machst du ihn nicht? Doch, den habe ich. Ach, ich hatte auch eins den geschafft bekommen. Oh, das geht schon los. Das geht schon die ganze Zeit los. Oh, Bitch. Ich habe jetzt auch erstmal den Q genommen. Solange ich ihn noch keine AP hat, lohnt sich das halt nicht. Hä? Tut weh, ne? Oh. Alter. Ganz so cute ist hier, ey. Was machst du, wie das nachher mit den Ultis abgehen wird? Du weißt gar nicht, wer von dir kommt, also wer freundlich und wer feindlich ist. Das wird das Problem gleich darstellen. Der Ward. Warum stellen die da ein Ward hin? Ach so, wahrscheinlich werden wir gleich pushen. Damit die hier noch Vision haben. Okay. Ich weiß nicht, aber ich habe ihn getroffen. Ich habe immerhin noch meinen Support, äh, meinen, ja, Assists bekommen, meinen Support bekommen. Ich habe einen Support bekommen, geil. Ich bekomme mal wieder rum, ne? Ja. Der braucht schon eine Karte. Hat der da jetzt echt einmal komplett rumgelatscht? Nö. Der hat sich rüber geflasht. Ach so, nur hinterher oder wie? Jo. Ich dachte schon, ja, wart ihr noch nicht Level 2 hier? Konntet ihr ja noch nicht rüber gehen. Okay. Oh, wir sind nicht getroffen. Weißzüdelruhen, Bitches. Oh, jetzt ist der ja wieder da. Hm, hm, hm. Ich habe schon eh ich nicht mehr mit den Skin gespielt. Bam. Oh, Heiltrank. Ich habe gerade blind reingeschossen. Und dann scheint etwas getroffen, oder? Ne, doch nicht. Minion. Oh, nur Minion. Ich meine, gut, die sind momentan eine größere Gefahr, als die S-Wheels, finde. Ach Gott, ich will nicht wissen, wie es hier abgeht, wenn wir Level 6 sind. Pfum, pfum, pfum. Pfum, pfum. Pfum, pfum, pfum. Pfum, pfum, pfum. Gold job, ey. Ich habe keinen Ex, kein Fleisch, was was was. Hm. Hm. Ah, jetzt habe ich kein Meiner. Trololol. Trolol. Trolol. Immer auf die Umgebung, achten. Trololol. Trololol. Trolol. 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 Du musst nicht gleich stöhnen. Oh ja, Walfi. Das ist hierhin kein Hentai. Ja, ein Schimpf-Real-Life-Porno. Ich geh mal weg. Falkling. Alter, dieser scheiß Turm. Der S-Wheels ist aber schlicht da. Der hat ja auch keine Rüstung. Guck mal. Hä, was denn? Da kommt ein S-Wheel. Der will sterben, glaube ich. Was? Wollen wir mal versuchen? Da ist ein Wad drin, by the way. Aber doch nicht immer noch. Das sind 60 Sekunden Wads. Sehr froh, Alter. Ich hab den voll abgeblockt. Einfach nicht... Ach. O. Puuuuh! Ich hab den nicht gesehen. Nein, 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 nein! Läure! Trololololol, lololol Loolooloooo Trololololo Loloolo Electric�로 gesehen alter ich sage so vor sich erst spielen es wie vor der schule kommt der ich schieße ich mit vorzene da sind mit dünnpfiff alter mit land ihr meint ein gesicht da freut sich der wulfi wieso krieg ich jetzt hat mein q hoch ich wollte nur auf 2 machen egal momentan habe ich jedoch gerade ab hier lang gelaufen gerade alle der schnall 6 ja beweis ist make him eng wie da das müsste man können ich habe nichts gesehen ich habe geblinzelt machst noch mal so macht man es ich wollte den eigentlich nur rauslocken weil ich wusste dass dein buschen wort ist also ausweichen ist das mal so nicht so wie du und rein rennen einer fehlt der trainer oh mein ping ha ha Hahahaha Nanananananananananana Wow Was du kannst, kann ich auch. Du hast die beiden Idioten nicht getroffen, ne? Was? Du hast die beiden Idioten nicht getroffen. Ich wollte auch nicht die treffen. Ich weiß da sowieso nicht, weil die sind. Ja, auf der Lane. Was kommt davon, wenn man keine Map benutzt? Ja, aber einer der Gegner. You don't see him. Doch, hab ich wirklich gesagt. Wer war das? Der Mittler in der Lage? Irgendeiner von den Feinden. Ich glaube, ich weiß viel. Haben wir die ganzen Kills gemacht? Wir haben die ganzen Kills. Musst dich gleich verrecken. Das ist dieser ekelhafte Husten, der so richtig schön in der Brust weh tut. Do you know what I mean, bitch? Äh, nö. Ja, dafür bräuchte man Eier. Aber das Thema hatten wir ja vorhin. Kannst du jetzt auch hier nochmal zugeben, dass du keine Eier hast. Alter. Der Wichser ist da unten. Was geht denn bei euch ab, Alter? Was noch holt? Ja. Jetzt nicht mehr. Ja. Ja. Sehr schön. Ich place mal hier unten Ward, ne? Irgendwann weiß man schon langsam, dass die da so hinflashen. Ich würde sagen, sie hinspringen. Warum flashen. Autsch. Autsch. Autschi, dautschi. Wie saum ich will, Alter. Ich bin nicht deine Mutter. Stimmt, du bist dein Vater. Der Schwule. Du bist einer seiner Väter. Ey, was? Nein, hab ich nicht. Was? Nein, ich hab keine Ulti. Lol. Lol, was zur Hölle? Der ist schnelldorn, Alter. Der hat doch keine Rüstung, ey. Schade, schon weg. Ja, vielleicht hast du eine Ulti hinten noch so. Ja, ich hab ihn getroffen. Aber er hat schon leider viel zu viel geheilt gehabt. Schade. Wie viel Gold hast du jetzt bekommen? Ich hab jetzt 1000, äh, 1000. 1000 bekommen, wa? Für den Tor 1000 Gold. Nein, ich hab Witze. Ich hab's nicht gesehen, wie viel ich bekomme. Ich glaub 175 oder so habe ich bekommen. Weil da stand einmal 100 und dann nochmal extra 75. So, am Rande. Guck, guuck. Oh, no. Autsch. Ich hab ihn. Hab ihn auch? Ja, geht doch. Warum bin ich eigentlich mal der, der sterben muss von uns? Lass mal tauschen. Ich bin da so langsam nicht mehr fair. Du hast die meisten Kills, wenn du so ein paar. Ich bin ja auch der, der stirbt. Hau ab. Du läufst so langsam. Ich hab keine Boots. Ach, Leute, du. Immer auf die Umgebung achten. Du weißt, dass du auch ein R, ne? Ich dachte, ich kann noch weg. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass er heilt. Ich sag mal, ungefähr die gleichen Fähigkeiten hat wie du. Was? War her? Gerücht? Kann nicht stimmen? Lüge. Voll rot. Woher hat der Typ denn jetzt Rüstung? Rüstung per Level fängt aber erst mit 5 an. Mit 15. Oh, ich kann ja jetzt stacken. Ich hab jetzt auch Trainer. Was war's mit deren Minions? LOL. Haben wir ihn? Jo, haben wir. Der geht so schnell down, das merkt man gar nicht. Naja, ich weiß. Ja, der war absichtlich. Der Gluter ist. Xer. Mit, dass das ist. Ich weiß. Das trifft nicht. Das... So schlecht geschossen worden. Da kommt ein anderer S4. Ach, das ist der billige S3. Das war nicht der billige. Das war nicht, äh... LOL. Ich bin weg. What the fuck? Wie viel Olds? Wieso bist du weg? Kann ich mal nehmen, Mann. Nein. Alter. Zu viel S4. Wo willst du jetzt hin? Pauken. Oh Gott, der S4. Oh, ja. Das war irgendwie schon die ganze Zeit. Das Problem ist, ich weiß gar nicht, welche überhaupt zu uns gehört und welche nicht. Merken. Ist es Nossingham oder ist es der normale? Ist der normale, oder? Ich hab keine Ahnung. Die haben aber zwei normalen, soweit ich weiß. Die haben zwei oder drei normale. Also mit 60 FPS läuft es bei LOL auf jeden Fall besser, weil ich nehme mir mit 60 FPS auf. So wird die Datei zwar im Endeffekt doppelt so groß. Aber egal. Boah, Alter. Wie viele Sticks hast du auf Träne? 240. Kannst du doch gucken. Echt? Klick mich an und mach mal aus auf den Tränen. Oh. Boah, viele Minions. Meine. Was ist unsere? Ich weiß es nicht. Aber ganz ehrlich, ich wollte es auch nicht austesten. Ich auch nicht. Ich hab sie nicht fliegen gesehen. Ich auch nicht. Ich hab nur seine Animation grad gesehen, dass er sie geschossen hat. Oh, macht der jetzt langsam die Damage, oder? Du bist wieder dran mit Abfang. Mit was Abfang? Oh, fuck. Loll. Ich wollte gerade noch meine hinterher schießen, aber du hast ja diesen Dot da. Den Red Buff Item. Ja. Red Buff Item OP. Ich wollte gerade sagen, jetzt krieg ich den nicht, oder wie? Lass mich raten. Gleich kommt hier ja hier irgendjemand. Nicht irgendjemand. Gleich kommt hier wahrscheinlich wieder so eine Astral-Ultie. Ich hoffe, nicht einmal mehr weh geskillt. Da ist eine Astral-Ultie. Ja, da war die erste schon mal. Da ist der Typ wieder. Du hast eine Alt, oder? Ja. Ich auch wieder. Ich auch wieder. Ist hier noch eine andere, oder ist viel? Oh. Wer hat hier denn jetzt von den beiden so viel Schaden gemacht? Ich glaub der hier. Ich glaub der hier. Wirst du die jetzt echt feiten? Loll, du hast getroffen. Fuck, voll verhauen. Sehr schön. Uh. War das deren Ulti? Weiß ich nicht. Sehr schön. Ich bin nur hinterher gelaufen, um Division zu geben. Alter, da ist ja noch einer. Der ist ja der Nächste. Alter. Viel zu viele von denen. Ich will nicht wissen, wer die in die Kastan gebärt, Alter. Lux hat heute viel zu tun. Lux ist fast das gleiche Alter, aber hey, why not. Die Kinder machen halt einen auf Kenny. Ich werde instant erwachsen. Autsch. Okay, nochmal heilen. Was war? Was wohl? Da kam gerade eine Ulti. Oh, mein anderer. S. Ich glaub das ist der, der mich getötet hat. Weiß ich nicht. Puh. Auf jeden Fall tut ihr dir gerade das gleiche an. Ja, f*** dich. Hast du ihn? Geht doch. Shit. GG, wem gleich. Oh, du schätz. Niemals mein Assrail. Ja, ich weiß. Ich werde gerade voll das schönes Standbild. Cool. Moin. Hey. 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 Dominieren terminiert. Ich mein, keine Doppelkill-Schose hier wieder, ey. Noch nicht. Ich hab das ja gehasst. Ach, die Brüse! Jawohl! Hier lang! Wer braucht schon eine Karte? Alter, drei Ultis! Ulti kommt! Ach, scheiße! Wir haben schon gerade drei Ultis an mir vorbei! Ich hab's gesehen! Auf den anderen Typen da! Oh, keiner da! Immer auf die Umgebung! Ich hab's gesehen! Ich hab's gesehen! Ich hab's gesehen! Ich hab's gesehen! Ach, Gottchen, Leute! Ich hab's gesehen! 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 Danke! Danke! Males mit Curen! nicht oben ist ein Messer durch folgt nun ich kann mich noch nie dass der Mutis auf deutlich zu viel sind muss ich zu gehen hallo leuchtemann der so gut leuchten kann ich hab mich vielleicht mal voll hielten so eigentlich idiot so 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 wow ja ich glaube du hast ein Astral Problem ich weiß Alter irgendwie hab ich das Gefühl du lebst nicht mehr 5 5 er ist jetzt Alter nein 4 4 nur waren doch nicht alle hättest du schaffen können waren nur 4 nur so 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 da so so ja wo soll ich hin Egal, wo man hinrennt, überall sind S-Wheels. So ein bisschen, ne? S-Wheels, everywhere. Sollt, Alter. Jetzt gib bitte doch. Muss ich mich hochhellen wieder hier. Hm. Dein Ange-A? Jo. Oh, Guardian Angel Wow, viel zu viel, Alter Lol Da würde ich jetzt nicht gerechnet von dem Wofür läuft da oben wieder komisch im Kreis? Wirst du wieder gejagt? Die war gerade oben im Busch Da haben wir sie? Ja, da meine ich Achtung, Ulti! Da hat ne Ulti geschossen, der Wichser Ach komm Hinter uns Hinter uns Hinter uns Alter Oh, wo kommen wir hier, Alter? Da kommt die Kavalerie Komm mal, die anderen Astricks Da kommt die Kavalerie Da kommt die Kavalerie Oh, da unten war einer Ach, komm schon Alter, was zur Hölle? Geh doch Das war ein Game, Alter Ja, okay, es war nicht so lustig, wie ich es mir vorgestellt Muss ich zugeben, ich habe es ein bisschen lustiger mit 10SW2 gestellt Aber GG Replayed Danke fürs Zusehen Und bis zum nächsten Mal Ciao Ciao Ciao